In Südfrankreich gibt es kein Restaurant wie das Ehre. Gestern Abend servierten wir das. In unserem Restaurant verstehen wir Kochen nicht als alte, eingeschlafene Ehe, sondern als leidenschaftliche Affäre. Bis eine Familie... Vorsicht, Papa! Stopp! Schieb! ...alles durcheinander bringt. Ich koche für dieses Restaurant. Bonjour. Das hier ist Privatbesitz. Entschuldigung, sind Sie die Eigentümerin? Nein. Oh, dann dürfen Sie auch nicht hier sein. Das Restaurant direkt gegenüber hat einen Michelin-Stern. Sogar der Präsident ist da. Und bekommt der Herr President da auch Mugmozala, so wie es Wasser ankommt? Die Leute hier essen sowas doch nicht. Weil sie es nie probiert haben, aber jetzt. Samstagabend ist eine Hoffnung. Mein Sohn ist der beste indische Koch in Europa. Heb die Hand, los! Nicht so schüchtern! Lass bloß die Hand unten. Heb deine Hand, Hassan! Ich rede mit dir! Willi, du hättest deine Hand! Fangt an! Ist das dort eine Hochzeitsfeier? Eine Beerdigung. Der Tod des guten Geschmacks. Wenn Ihr Essen so ist wie Ihre Musik, schlage ich vor, Sie drehen alles runter. Die Musik drehe ich runter, aber den Herr drehe ich auf. Sie wissen nicht, wann es genug ist. Genug von Ihnen! Papa, bleibe ruhig. Das heißt, ruhig bleiben. Spielverderber. Das Restaurant ist seit dem Tod Ihres Mannes je ganzes Leben. Ich kann meine Mauer selber putzen. Die Außenmauer ist nicht Ihre Mauer. Ich weiß das, weil ich den cleveren Plan hatte, Sie so hochbauen zu lassen, dass niemand mehr Ihr Restaurant sehen kann. Madame Mallory weiß schon nach einem Bissen, ob jemand das Zeug zu einem großen Koch hat. Madame, ich möchte Ihnen eine Omelette zubereiten. Immer von oben, Herr Raffi, eine Königin. Sie schmeicheln mir. Sie verwirren seinen Geschmack mit ihren einfallslosen Soßen. Man nennt es aromatische Raffinesse. Und die wird er in meiner Küche erlernen. Ist er so gut, wie ich denke? Er ist besser. Madame Mallory unter Duft von Curry. Ich gebe andere Gewürze dazu. Wieso ein Rezept ändert, das schon 200 Jahre alt ist? Vielleicht sind 200 Jahre lang genug. Wir sind bereit, wir sind jung, wir haben nichts zu gefährden. Und die ist noch nie. Vielen Dank.